schön dass ihr heute bei uns reinschaut bei trick.bc heute bei uns mal was ganz ohne rgb beleuchtung ja auch das gibt es noch nämlich einen high-end luftkühler aus dem hause cooler master der ma 624 stealth ganz dunkel gehalten 240 oder wahlweise 120 und 140er lüfter einfacher montage und das ganze für den preis von um die 100 euro ich würde sagen wir schauen es mal an was der neue doppelturm kühler aus dem hause cooler master kann und damit legen wir jetzt los der ma 624 stealth wird dann in einer für einen luftkühler relativ ausladenden kartonage geliefert darin enthalten der kühler mit zwei vormontierten sickle flow 140er lüftern dann im lieferumfang enthalten montage material für gängige sockel arm 4 1200 als auch 2066 weiterhin dabei ist ein weiterer lüfter 120 millimeter format ebenfalls aus der sickle flow serie eine tube werbeleitpaste eine einbauanleitung sowie auch noch einen schraubendreher dass ihr für die montage später kein werkzeug suchen müsst und im lieferumfang auch noch dabei vier paar schrauben für den 120 millimeter lüfter der ma 426 stealth ist dann ein waschechtes schwergewicht 1,6 kilogramm bringt der ganze kühler auf die waage das ist für den luftkühler ein mehr als ordentliches gewicht somit auch wenn er den pc mit diesem kühler drin irgendwohin mitnehmen möchtet solltet den kühler davor dann aus sicherheitsgründen demontieren trotz seines hohen gewichts ist er in der höhe noch relativ bescheiden geblieben mit 16 zentimetern passt er so auch in die meisten standardgehäuse problemlos rein den abschluss nach oben bildet eine abschlussplatte aus aluminium gebürstet und eloxiert in schwarze gehalten mit dem cooler master emblem in der mitte und zudem auch noch ersichtlich die zwei schrauben für die endmontage die sind da fest integriert können also auch nicht rausfahren und habt ihr somit gleich den letzten montage schritt direkt am kühler dran wenn man sich den kühler ansonsten mal noch so betrachtet es gibt kein asymmetrisches design wir haben unten zwar ein paar aussparungen für zum beispiel etwas arbeitsspeicher schauen wir uns aber gleich noch genauer an und auch ansonsten sind die lamellen alle in schwarz gehalten als cpu kontaktfläche kommt dann eine kupfer bodenplatte zum einsatz aus dieser entspringen 66 millimeter kupferhitpipes die heatpipes sind ebenfalls in schwarz gehalten somit gibt das ein ringsum stimmiges gesamtbild also ein schwarzer und dezenter kühler für genügend frischluft sorgen dann im auslieferungszustand 240 millimeter lüfter aus der sickle flow serie ebenfalls in schwarz gehalten es sind 140 millimeter lüfter allerdings mit 120 millimeter bohrungen drehzahlbereich 650 bis 1400 umdrehungen und die werden via pwm kabel angesteuert ihr habt nun beim ma 624 self die möglichkeit zum beispiel aufgrund der arbeitsspeicherkompatibilität wir haben nämlich vorne wenn wir den 140er lüfter installiert haben schon probleme mit arbeitsspeicher der nur 30 millimeter hoch ist mit 35 und 40 millimeter dann also ebenfalls dann muss der lüfter nach oben versetzt werden das hat den nachteil dass die gesamthöhe des kühlers schnell mal 17 zentimeter überschreiten kann das ist dann für viele gehäuse nicht so die sonderlich beste wahl cooler master hat sich allerdings dazu natürlich überlegt und deshalb den 120 millimeter sickle flow lüfter beigelegt ihr könnt nämlich den vorderen lüfter einfach austauschen der vorderen lüfter ist mit zwei kunststoffhaltern am eigentlichen kühlkörper fixiert der lüfter ist dort jeweils auf beiden seiten mit zwei schrauben einfach festgeschraubt 140er lüfter runter 120er sickle flow lüfter drauf und dann habt ihr platz für arbeitsspeicher zwischen 30 und 40 millimeter oder das in den lüfter jetzt großartig nach oben versetzen müsst sprich die gesamthöhe nimmt da also nicht zu und der sickle flow 120 lüfter auch noch interessant drehzahlbereich 650 bis 1800 umdrehungen der verfügt an den ecken über andere vibrationspads und wird auch ebenfalls über einen pwm stecker mit strom versorgt interessant auch an der sache soll jetzt zum beispiel die beiden 140er lüfter auf dem kühlkörper drauf lassen weil ihr zum beispiel low profile arbeitsspeicher habt oder es stört euch nicht dass ihr den lüfter etwas hoch versetzen müsst dann könnt ihr natürlich den dritten beiliegenden lüfter auch als gehäuse lüfter oder als ersatz lüfter nutzen ihr werdet sicher einen verwendungszweck dann für den lüfter finden der lüfter zwischen den beiden kühltürmen ist ebenfalls ein 140 millimeter sickle flow lüfter alle lüfter auf diesem kühlkörper haben eine rahmenbreite von 25 mm sprich da könnt ihr also auch handelsübliche lüfter dann dran packen wenn ihr da was austauschen wollt kommen wir kurz zur montage cooler master setzt beim ma 624 stealth auf ein hauseigenes montage system mit einer multi backblade für die mainstream sockel das ganze kombiniert dann jeweils mit amd oder mit intel montage bügeln da kann der kühler dann drauf gesetzt und verschraubt werden wärmeleitpass liegt auch bei ebenso wie ein schraubendreher montage geht einfach von der hand wenn ihr mal nicht weiter ist hilft euch da die anleitung weiter und bei amd system noch anzumerken da kann der kühler nur aufgrund der montage vorrichtung mit dem luftstrom im gehäuse ausgerichtet werden sprich er pustet entweder die luft nach hinten zum gehäuse raus oder in die andere richtung je nachdem was ihr für ein airflow konzept habt und auch sehr schön zu sehen natürlich egal ob es 120 oder 140er lüfter drei bis dreieinhalb ramslots werden problemlos überragt somit müsst ihr da eben schauen was ihr da für einen kompromiss entweder mit der kühlerhöhe oder mit arbeitsspeicher eingeht dann kommen wir zum thema der kühlleistung wir vergleichen den ma 624 stealth mit weiteren high end luft kühlern um da mal einen kleinen überblick zu bekommen und da liefert er wirklich hervorragende werte egal ob jetzt mit zwei mal 140 oder auch mit 120 und 140 rangiert hier bei uns im vorderen testfeld muss sich also von der kühlleistung her nicht verstecken wenn ihr den 140er durch den 120er austauscht habt ihr natürlich ein bisschen kühlleistungseinbußen ist jetzt nicht verwunderlich hält sich allerdings in grenzen dafür mehr arbeitsspeicherkompatibilität und vielleicht für den einen oder anderen auch noch interessant wenn ich nur den mittleren lüfter nutze auch da kann der kühler noch mit einer guten performance punkten man muss allerdings dann anmerken je nachdem was ihr für eine cpu habt wie stark übertakt habt kann das schon ein bisschen zu wenig sein kommen wir zum thema der lautstärke im vergleich zu anderen high end luftkühlen positioniert er sich bei uns da im mittleren testfeld egal ob zweimal 140 oder 120 140 mit maximaler drehzahl ist er störend aus dem system wahrzunehmen das könnt ihr allerdings beheben indem ihr einfach die lüfterdrehzahl etwas absenkt ihr müsst allerdings dann damit leben dass dann natürlich auch da die kühlleistung etwas absenkt ihr müsst allerdings dann auch damit leben dass die temperaturen da etwas ansteigen könnt ihr auch sehr schön unten wieder der kleinen tabelle dem wie das dann in etwa aussieht das ganze natürlich abhängig davon was ihr für eine cpu habt ob ihr übertaktet habt oder was ihr euch da vorgestellt habt schlussendlich könnt ihr auch mit diesem kühler problemlos ein silent system betreiben wenn ihr die lüfter entsprechend runter regelt high end luftkühler mal ganz ohne rgb beleuchtung was besonderes im jahre 2021 ma 624 self aus der master serie von cooler master für den preis von 100 euro rundum hochwertig verarbeitet lässt sich sehr einfach montieren ihr habt eine hervorragende kühlleistung bei dem kühler ganz rundum stimmiges design eben auch mal ohne beleuchtung für den ein oder anderen sicher interessant ihr habt nettes zubehörpaket dabei auch mit einem dritten zusätzlichen 120 mm lüfter den könnt ihr optional als gehäuse lüfter nutzen als ersatz lüfter oder ihr nutzt den beim eigentlichen kühlkörper dafür dass ihr die arbeitsspeicher kompatibilität erhöht was bei dem kühler anzumerken ist mit maximaler drehzahl ist er immer noch für uns ein ticken zu laut das ist allerdings gejammer auf hohem niveau ihr könnt die drehzahl natürlich einfach drosseln was ihr außerdem beachten müsst für hohen rgb arbeitsspeicher ist der kühler jetzt nicht so ausgelegt was ihr allerdings machen könnt problemlos low profile speicher von 30 bis 40 millimetern in der höhe mit dem 120 lüfter als frontlüfter auf dem kühler das passt dann wunderbar ohne dass sich da die gesamthöhe des kühlers erhöht das wäre soweit von uns jetzt immer wie immer noch an eurer meinung interessiert wie findet ihr den preis die features die leistung oder habt ihr fragen einigungen oder kritik zum ma 624 stealth da nutzt doch da sehr gerne die kommentarfunktion unter diesem video ja ich bedanke mich herzlich dass ihr heute wieder bei uns reingeschaut habt und wenn ihr uns unterstützen möchtet weil euch unsere arbeit gefällt freuen wir uns sehr über einen daumen nach oben ein abo und wenn ihr die glocke aktiviert dann verpasst ihr keines mehr unsere testvideos und dann sehen wir uns beim nächsten mal bei 3pc einfach wieder